Yo, wassup, Grüße aus Brasilien, Rhyme Prophet, Ruit, Night, Click, ich wollte einen Gruß rausgeben an meinen Homey Manut Beats, Volume 4, Dämonenklänge, unbedingt auschecken, gibt es auch CD Dealer, Ode9 ist mit drauf, Armageddon, Pams, Tarot, Silence und viele mehr, ein Muss für jeden Fan, das zweite was ich euch vorstellen will, ist Biclo Cortis und Jokers neue CD, Gang Bang Stories, 089 Click ist mit raus, weltweit Artisten, unbedingt auschecken, gibt es nur im Internet, über mich eventuell, oder Biclo Corti anschreiben, er sendet euch das, ein Muss für jeden Fan, speziellen Gruß an meinen Bruder Psycho Pad, er hat sein Album veröffentlicht, heißt Minds of a Psycho, gibt es nur auf CD Dealer, sind ungefähr noch 20 CDs da, also auschecken, Kohle ist es wert, er hat sich Mühe gegeben und ist ein fettes Brett, auf jeden Fall, auschecken, ich bin mit dabei, paar andere Features, 089 Click kommt voran, wir arbeiten gerade an einem neuen Album, zweite 089 Album, dann mein Solo kommt raus, Ende dieses Jahres, über CD Dealer oder Bruder Store, ich weiß es noch nicht genau, bleibt beide, wie es die Kohle herbringt, ihr seht ja, Ghetto Style, das war es eigentlich an meiner Seite, Grüße an Deutschland, Brasilien, a good night forever, motherfuckers! Körgene hier und Ere. Körgene hier und Ere. Beidee hier, immer noch ein Bundeslager, hier in der Zeit, wie es Land, zwei Kinder und Ere. Höre jetzt sein, bis zum Beispiel. Winklens!